Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, dass das jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen komisch, dass der Podcast eben nicht auf Spotify ist. Das werde ich euch gleich nochmal kurz erklären für die Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben, warum ich jetzt eigentlich diesen Podcast hier mache. Auf jeden Fall sitze ich hier mitten im Wald, also wirklich mitten im Wald. Hier ist irgendwie nichts. Hier ist wirklich komplett alles zugewachsen. Was übrigens auch eine mega, mega schöne Sache ist, dass es jetzt endlich wärmer wird und so grün ist. Und wie ihr hört, ganz, ganz viele Vögel und es ist richtig gemütlich. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich nehme heute einfach mal die Zeit, um mich noch ein bisschen in den Wald zu setzen und ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir soweit gut geht und es freut mich sehr, dass du da bist. Bezüglich dieser Podcast-Sache wegen Spotify, ich erkläre es euch einfach mal ganz kurz. Und zwar, die meisten Menschen kennen mich vielleicht von TikTok, von YouTube, von Twitch, von Instagram oder eben von Spotify. Und ja, das ist auch eben eigentlich fünf Dinge, wenn nicht sogar noch mehr, aber ich weiß es nicht. Es gibt eben so viele verschiedene Social-Media-Plattformen und irgendwie überrumpelt mich das zurzeit extrem. Weil ich habe irgendwie das Gefühl so, wow, ich muss da Content liefern, also auf YouTube, dann wieder auf Twitch stream ich abends. Dann gibt es auf Instagram irgendwie mal ein paar Bilder oder so. Auf TikTok will ich neue Videos machen. Dann werde ich jedes Mal wieder gefragt, hey, Yoshi, wann kommt denn eine neue Podcast-Folge auf Spotify? Und irgendwie überrumpelt mich das gerade ein bisschen dolle, eben auf allen Seiten oder auf allen Social-Media-Plattformen Content liefern zu wollen. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich möchte unbedingt wieder mehr YouTube-Videos machen. Und mein YouTube-Kanal ist eben mein Herz und meine Seele. Ich habe so unfassbar viele tausende von Stunden in meine Videos gesteckt auf diesem Kanal hier. Und ich dachte mir, hey, dann lasse ich doch wenigstens einfach Spotify weg. Dann habe ich eine Plattform weniger und vielleicht stresst mich das dann einfach ein bisschen weniger. Und deswegen mache ich jetzt diese Podcast-Folgen hier auf YouTube. Ich hoffe, das stört dich jetzt irgendwie nicht, dass man jetzt meine Visage sieht oder so. Aber ich finde es eigentlich mega, mega entspannt, auch dann einfach mal ein paar YouTube-Videos wieder hochladen zu können. Und ich glaube, das tut auch meinem Kanal ein bisschen gut. Wie gesagt, ich habe meinen YouTube-Kanal extrem vernachlässigt. Ich habe die letzten vier Monate vielleicht zwei Videos hochgeladen. Und ja, das wollte ich halt einfach mal mit diesem Video so ein bisschen ändern. Ich habe auch noch eine komplette neue Vlog-Reihe geplant. Da habe ich auch schon vieles für aufgenommen die letzten Tage. Und da wird auf jeden Fall dann bald auch die erste Folge von rauskommen. Leute, in letzter Zeit, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin in so einem kreativen... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl so, ich habe die ganze Zeit Ideen und die will ich umsetzen. Aber irgendwie habe ich auch teilweise gar nicht die Zeit dafür. Und das ist eben das ganz Komische. Ich glaube, die aller, allermeisten Menschen, die mich so kennt, wissen, ich bin ein sehr, sehr entspannter Mensch. Und ich versuche immer, alles ganz ruhig angehen zu lassen. Und das tue ich auch, wirklich. Aber so, was meine Internetpräsenz angeht, so was der Name Black Pommes angeht, bin ich in letzter Zeit wirklich so hinterher, neue Sachen zu erschaffen. Und wirklich, ich livestreame daily, jeden Tag. Weiß ich nicht, mindestens eine Stunde abends auf Twitch. Alleine das. Dazu kommt dann eben noch, dass ich YouTube-Videos machen möchte. Dann mache ich noch TikTok-Videos nebenbei. Mach den Mulmpodcast. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber wirklich, ich habe in letzter Zeit irgendwie so vieles zu tun. Und ich glaube, für den einen oder anderen, der mich so manchmal in meinen Videos sieht oder auch in meinen Twitch-Livestreams so, man denkt irgendwie, wow, guck mal, der Josch, der chillt da und verdient damit so ein bisschen Geld und hier und da. Aber ich wollte euch das einfach mal so erzählen, das ist gar nicht wirklich so. Natürlich muss ich sagen, ich versuche es wirklich so gemütlich wie möglich für mich zu machen. Und ich meine, das alles ist ja meine Leidenschaft und ich mache das ja auch sehr gerne. Heißt also, ich zwinge mich zu nichts, sondern ich mache das ja gerne. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also es haut mich in letzter Zeit einfach so ein bisschen aus den Latschen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu krass darin verbissen, neuen Content liefern zu wollen. Und genau das, denke ich, ist jetzt der erste richtige Schritt, dass ich dann einfach mal sage, ey, komm, wir lassen den Spotify-Podcast einfach mal weg. Entspannen einfach mal ein bisschen, was das angeht. Dann werde ich nicht auch, weil ich werde auch jeden Tag gefragt, ey, Yoshi, wann kommt eigentlich eine neue Podcast-Folge und hier und da. Und dann kann ich einfach sagen, guckt einfach auf YouTube, weil auf YouTube, da ist der Podcast, da sind meine YouTube-Videos, bumm, ne, eine Fliege, ne, wie noch mal, zwei Fliegen mit einer Klatsche. So in etwa nennt man das. Und ich dachte mir, hey, wenn ich doch schon hier sitze, dann kann ich doch auch mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten und habe dann hier in meine Instagram-Story einfach mal diesen Dongle gepackt, oder wie man das nennt, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und ich dachte mir einfach mal, hey, davon lese ich jetzt einfach mal ein paar vor und beantworte die für euch, okay? Okay. Lea Julie fragt mich, woher weiß man, dass man depressiv ist und wie geht man mit Depressionen am besten um? Also fangen wir einfach mal mit der Frage an, woher weiß man, dass man depressiv ist? Lea, also ich meine, was sowas angeht, rate ich auf jeden Fall immer jedem ab, praktisch selber Arzt zu spielen und eben selber sich davon ein Bild zu machen, von wegen so, ja, ich könnte jetzt schwer depressiv sein und, wow, ich bin ja total krank und so. Also ich finde immer, das sollte man, also man sollte nicht diese Diagnosen selber erstellen. Ich meine, gerade durch diese Corona-Zeit, glaube ich, haben sehr, sehr viele Menschen depressive Phasen und denen geht es extrem schlecht, aber das heißt nicht, dass du unheilbar bist und ganz, ganz schlimme Depressionen hast. Ist nur meine Sicht, ne? Also ich meine, das ist jetzt, ne, so wie ich das halt eben sehe. Und deswegen rate ich auf jeden Fall jedem, der irgendwie das Gefühl hat, jetzt gerade wegen durch diese Corona-Zeit und so, dass er sehr down ist und auch mal im Internet gelesen hat, ey, wie fühle ich eigentlich eine Depression an? Ich glaube, da möchte ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, so stempelt euch nicht sofort ab von wegen, ey, ich bin jetzt total krank und, boah, ich bin so depressiv. Macht das nicht. Denn also erstens, das zieht einen selber irgendwie ein bisschen runter. Es kann natürlich auch helfen, dass man weiß, was man hat, aber ich meine, wenn man selber diese Diagnose macht, dann glaube ich eher, dass es einem schlechter geht, weil man eben, ja, sich so fallen lässt. Man hat einfach das Gefühl so, wow, guck mal, was ist mit mir los, Mann, ich komme mir gar nicht mehr klar und so. Aber wie gesagt, das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Das heißt nicht, dass du sofort ganz schwere Depressionen hast. Am aller, allerbesten wirklich, du sprichst einfach mit verschiedensten Leuten in deinem Leben mal ein bisschen darüber. Vielleicht haben die auch irgendwelche Ansichten dazu. Vielleicht erzählst du aus deinen Eltern. Ich weiß, mit den Eltern ist das manchmal so ein bisschen kritisch für die meisten. Aber am besten, man versucht es einfach mit anderen Menschen darüber zu kommunizieren. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, wow, ich habe jetzt wirklich Depressionen und du siehst da irgendwie keinen Ausweg mehr und brauchst irgendwie wirklich Hilfe, dann kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, einfach mal auf Google zu gucken, ja, was für Psychologen und Therapeuten und wie dir das nicht alles heißt, du in der Nähe hast bei dir in deinem Wohnumkreis. Und dann rufst du da einfach mal an und fragst mal, hey, ne, ich bin, ne, Gilea und ich habe das und das und das. Und ich wollte mal fragen, kann man da irgendwie so ein Erstgespräch, glaube ich, heißt das, ein Erstgespräch haben, um einfach mal ein bisschen darüber zu reden. Das wäre schon ein riesen, riesen Schritt in Richtung Besserung. Ich weiß nicht, ob das so ganz deine Frage beantwortet, aber ich rate auf jeden Fall sehr davon ab, irgendwelche Selbstdiagnosen zu erstellen, weil das kann einen extrem runterziehen. Und sprich am besten wirklich mit ganz vielen Menschen in deinem Leben darüber oder eben dann mit einem, naja, der das eben gelernt hat, mit einem Therapeuten, Psychologen, was weiß ich was. Und der wird dir dann wahrscheinlich weiterhelfen. Auch da nochmal ganz wichtig, das sage ich einfach jedes Mal, ganz, ganz wichtig, wenn du dir einen Therapeuten besuchst oder Psychologen, warum sage ich die ganze Zeit Therapeuten? Ganz, ganz wichtig ist da, dass man sich versteht. Unfassbar wichtig. Ich glaube, ganz viele zwingen sich dahin, obwohl das, naja, dieser Gegenübermensch, dieser Psychologe, Psychologin total unsympathisch ist und man ist gar nicht auf einer Wellenlänge. Ich glaube, viele zwingen sich dann dahin. Und in meinen Augen ist das absolut falsch. Denn, ich meine, warum solltest du jemandem deine schlimmsten Ängste oder so anvertrauen, ne, also deine tiefsten Probleme in deinem Kopf anvertrauen, wenn du gar kein Draht zu diesem Menschen hast? Weißt du, was ich meine? Deswegen auf jeden Fall da, wenn du das Gefühl hast, du verstehst dich mit diesem Menschen nicht, dann scheiß einfach drauf. Dann sag, nee, du, das funktioniert nicht. Hatte ich ja auch bei meiner ersten Therapie. Nee, du, das funktioniert nicht. Ich möchte mir jemand anderen suchen. Und das ist vollkommen okay. Wirklich, man muss da so lange suchen, bis man jemanden hat, bei dem es wirklich gut funktioniert. Und dann kann eine Therapie wirklich extrem hilfreich sein. Wirklich. Also da kann man so viel durchs Lernen. Da kann man so viel durchs Lernen. Da kann man so vieles durchs Lernen. Da kann man so vieles durchlernen. Warum sage ich durchs? Man kann auf jeden Fall sehr viel dadurch lernen. Das wollte ich sagen. Und es kann extrem helfen. Aber man braucht eben den richtigen Menschen an seiner Seite oder... What the fuck? Alter, die Straße ist eigentlich ziemlich weit weg. Warum war das jetzt so laut? Äh, Julie. Julie oder Julie fragt mich auch noch, was hältst du von LGBTQ? Ja, also das ist ja, äh... Ja, die Frage, die ich wohl am allerallermeisten gefragt werde. Was mich extrem wundert. Ich sag's jedes Mal in meinen Livestreams so. Warum fragt ihr mich das alle? Ähm, ich fass es dir einfach mal zusammen. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Und ich will jetzt ja auch niemanden angreifen damit oder so. In meinen Livestreams zum Beispiel sage ich immer, ich möchte da nicht drüber reden, weil mir das egal ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich irgendwie Anti dagegen bin oder so. Sondern es bedeutet einfach so, ich möchte mich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen. Denn mir ist egal, was du bist. Mir ist egal, ob du jetzt trans bist oder, weiß ich nicht, ein Stein. Solange du andere Menschen nicht verletzt mit deiner Sexualität oder mit deinem Dasein, ja, und mir auch nicht auf den Sack gehst damit, dann ist mir das total egal. Ich finde das irgendwie in unserer heutigen Zeit so ein bisschen schwer, weil wir irgendwie für alles einen Namen brauchen. Und das macht es für mich irgendwie total kompliziert. Ich kenne diese ganzen Sexualitäten und so alles gar nicht. Weil, wie gesagt, erstens, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mir viel zu anstrengend ist und ich sowieso wahrscheinlich wieder alles davon vergesse, weil ich ein sehr vergesslicher Mensch bin. Und zweitens, es ist mir eben total egal, was du bist. Und ich muss auch nicht wissen, was du bist. Voll viele kommen auch in meinen Stream rein und sagen, ey, bist du schwul oder so. Wo ich mich dann immer frage, was ist, wenn ich jetzt sage, ich bin schwul? Also ich bin es jetzt nicht, aber was wäre, wenn ich jetzt sage, ich bin schwul? Würde ich dir denn aufhören, meine Livestreams zu gucken? Ist das nicht scheißegal, was ich bin? Es geht doch eigentlich nur um mich. Es geht doch gar nicht darum, was ich bin oder wen ich liebe. Das ist doch vollkommen egal. Oder sehe ich das falsch? Und deswegen, um das Thema einfach mal so auch nochmal in einem Podcast jetzt anzusprechen, kurz gefasst, mir ist es egal. Wie gesagt, keine anderen Menschen angreifen damit. Du gehst mir nicht auf den Sack. Alles ist super. Und ich akzeptiere da eigentlich wirklich alles. Weil, ja, ich meine, hey, solange man glücklich ist und wie gesagt, solange du keinem auf den Nerv gehst und keinen angreifst, ist das für mich einfach perfekt. Und deswegen, ich hoffe, das beantwortet irgendwie deine Frage, weil ich finde das immer ein bisschen schwer. Und ich weiß auch nie so ganz, wie ich darauf reagieren soll. Weil, wie gesagt, ich möchte das einfach nicht als Gesprächsthema haben. Ich möchte einfach, dass du ein Mensch für mich bist. Ja, wegen mir kannst du auch ein Alien sein. Und mehr möchte ich einfach gar nicht. Ich muss nicht wissen, was du für eine Sexualität hast oder auf wen du stehst oder was weiß ich nicht was. Das ist mir egal. Wie gesagt, ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie nicht asozial rüber oder so, weil ich meine, das ist wirklich lieb. Und ich möchte hier niemanden angreifen oder so, nur weil er irgendwie da eine andere Meinung hat. Nur ich, das ist meine Meinung. Ich sehe das einfach so, dass mir das egal ist und dass du ein Mensch bist und der Rest interessiert mich nicht. Und ja, bitte nicht böse nehmen, Leute. Ich weiß, im Internet wird vieles falsch verstanden, was auch ein sehr, sehr großes Problem ist. Aber ich meine es nicht böse. Ich verspreche es euch. Ich akzeptiere eigentlich jeden. Außer mir geht jemand auf den Sack. Der kriegt aufs Maul. Multi-Youtuber fragt mich, was wolltest du früher werden? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, denn die wurde ich auch letztens mal in einem Livestream gefragt. Ich wollte damals immer Bagger- oder Staplerfahrer werden. Das war meine absolute Leidenschaft. Als kleines Kind, ich habe den ganzen Tag mit Baggern oder Staplern gespielt. Wirklich. Und ich bin auch schon als ganz kleines Kind Stapler gefahren, weil wir damals ein Riesenlager hatten und so. Und ja, da hatte ich dann eben die Möglichkeit, Stapler zu fahren als ganz klein war. Und das war meine pure Leidenschaft, mein absolutes Leben. Lustigerweise ist das Tatsache immer noch so. Also ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie als Traumberuf habe, sondern ich würde einfach schon mal gerne einfach ein bisschen Stapler fahren und da so ein bisschen, hätte schon Bock drauf oder ein bisschen Bagger fahren. Aber ich würde es niemals mehr als richtigen Beruf machen. Dafür habe ich mich einfach viel zu sehr verändert. Ich habe das damals wirklich absolut geliebt. Heute finde ich es immer noch sehr cool und ich finde es immer faszinierend, Bagger oder Stapler noch anzugucken. Ich weiß nicht, ich finde es einfach interessant. Aber ich würde es niemals beruflich machen wollen, sondern einfach mal so aus Spaß, da hätte ich Bock drauf, oder mal einen Garten umzubuddeln mit einem Bagger. Das wäre auch sehr, sehr cool. Aber ja, also beruflich würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Könnt ihr mir auch einfach mal in die Kommentare schreiben, Leute, was war euer Traumberuf damals, als ihr klein wart? Was wolltet ihr werden? Das fände ich mal sehr interessant. P, P, ne, PXX Linux schreibt noch, keine Frage, aber danke, dass es dich gibt. Hast mir schon oft in deinen Podcasts geholfen. Ähm, Linux, ich danke dir von Herzen und ich weiß nie so ganz, wie ich auf sowas reagieren soll. Das war jetzt übrigens die letzte Frage für heute erstmal, denn ich muss jetzt gleich wieder los. Ich habe noch was vor. Ähm, ich weiß nie so ganz, wie ich darauf reagieren soll. Ich finde es so unfassbar, dass ich Leuten helfen kann, indem ich einfach nur rede. Weißt du, was ich meine? So, ich bin für andere Menschen da, dabei sitze ich nur im Wald und rede. Und das ja auch auf TikTok für 170.000 Follower, glaube ich, oder so habe ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Für so viele Menschen, ich sitze einfach nur und rede und das hilft so vielen Menschen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das wird eine Sache sein, die ich wahrscheinlich niemals verstehen kann, dass ich da dem einen oder anderen wirklich so eine andere Sicht aufs Leben geben kann oder auch irgendwie bei den Panikattacken helfen kann durch meine Worte, die ich so sage oder erzähle, wie sich eine Panikattacke bei mir anfühlt oder eben Debris oder so. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz auf mich selber schon. Und ich liebe das natürlich, das zu hören, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Für mich, das ist irgendwie so etwas ganz Normales geworden. Und ja, ich weiß nicht, ich würde wirklich mal so mich aus einer Sicht von einem anderen Menschen sehen. Das wäre mal wirklich interessant zu sehen, wie ich einfach aus der Sicht eines anderen Menschen bin. Weil ich selber sehe sowas nie, dass ich sowas kann und sowas wirklich bei anderen bewirken kann. Und ja, ich bin dafür sehr, sehr dankbar, für jeden Einzelnen von euch generell, der mich so lange schon verfolgt und mir immer zuhört und mich auch so viel supportet und mir ein Abo dagelassen hat und unter die Kommentare schreibt und wisst ihr einfach nur eben seine Zeit mit mir teilt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und damit werde ich euch wahrscheinlich, solange ich diesen Shit hier mache, auf den Sack gehen, dass ich jedes Mal sage, danke, 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 weil ich eben einfach nicht anders weiß, wie ich euch dafür danken soll. Ich hoffe, euch hat diese Mini-Podcast-Folge gefallen. Ich werde jetzt auch mal wieder losstapfen hier durch den Wald und mich auf den Weg nach Hause machen. Ich hoffe, dir geht es soweit gut und ich hoffe, du konntest irgendwie vielleicht ein bisschen abschalten hier in dieser Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas mehr wollt. Einfach in den Wald setzen, so eine Podcast-Folge hier so im Wald drehen. Ich finde die Stelle hier wirklich sehr, sehr schön. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Schreibt mir Gesprächsthemen in die Kommentare, die ihr vielleicht für eine andere Folge wünscht. und ich bedanke mich bei euch allen. Führt euch alle dick umarmt und macht's Beste daraus. Vielen, vielen Dank. Euer Yoshi. Bis hoffentlich ganz, ganz bald und bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist ja auch gerade so eine große Sache. Ich bin in den letzten Tagen auch so ein bisschen am kränkeln und so. Bleibt gesund. Dein Yoshi. Bis bald. Bis bald. Ich bin. Ich bin.